Hey ihr Kleinen, das sieht spaßig aus. Es ist nicht aufregend? Jerry, bist du nicht ein bisschen zu groß für diese Achterbahn? Hm, ich glaube, du könntest vielleicht etwas zu schwer sein. Oh nein, wie gut, dass das Ding Bremsen hat. Ich hab doch gesagt, du bist zu schwer, Jerry. Richtig, Super Truck kann euch retten. Carlo, kannst du Super Truck rufen? Oh, mm-hmm. Hallo, Carl. Carl, die Achterbahn ist kaputt und die Kleinen hängen fest. Kannst du sie retten? Was wirst du diesmal benutzen, um der heldenhafte Retter zu sein? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Einen gigantischen mechanischen Roboter? Fantastisch! Wow. Du siehst fantastisch aus, Karl. Oh nein, Supertruck sollte sich besser beeilen. Ist okay, Leute. Supertruck ist hier. Du hast es geschafft. Vielen Dank, dass du die Kleinen gerettet hast, Karl. Ich weiß, dass du nicht mehr klein bist, Jerry. Du möchtest noch etwas Aufregenderes fahren? Karl hat eine Idee. Oh. Habt Spaß, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Hector. Hallo, Francis. Holst du diesen Container mit Medizin, um ihn Amber beim Krankenhaus zu bringen, Hector? Wow. Da muss eine Menge Medizin drin sein. Bist du sicher, dass du den anheben kannst? Ich schätze mal, wir finden es erst heraus, wenn du es probierst. Schön langsam, Hector. Nicht zu schnell. Vorsicht. Ups, der Container schwankt ganz schön. Pass auf. Hector, alles in Ordnung? Keine Sorge, Hector. Wir holen Hilfe. Du hast recht, Francis. Das ist ein Job für Supertruck. Jemand in Car City braucht deine Hilfe, Supertruck. Wow. Schon bist du in deiner Höhle, um dich zu verwandeln. Es gibt so viele Fahrzeuge, in die du dich verwandeln könntest, Karl. Aber ich bin sicher, du weißt ganz genau, welches das Richtige für diese Aufgabe ist. Das ist ein Job für Supertruck. Zeit zum Abheben, Supertruck. Wie geht's dir, Hector? Kannst du hier kurz warten, während Supertruck die Medizin abliefert? Wow. Wow, Supertruck. Du bist so stark. Hallo, Amber. Hier ist die Medizin, auf die du gewartet hast. Wir müssen schnell zurück und Hector holen. Er hat einen Unfall und braucht deine medizinische Hilfe so schnell wie möglich. Kannst du ihm helfen, wenn wir zurück sind? Okay, Hector. Auf geht's ins Krankenhaus. Keine Sorge, Hector. Amber wartet schon beim Krankenhaus, um dir zu helfen. Wir machen uns auf zum Krankenhaus, Francis. Vielen Dank, dass du Supertruck gerufen hast. Hier ist Hector Amber. Ihm geht es nicht gut. Keine Sorge, Hector. Gleich geht es dir besser. Siehst du, in Nullkommanichts bist du wieder auf den Beinen. Vielen Dank, Supertruck, dass du die Medizin zu Amber gebracht hast. So konnte sie Hector heilen. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Aufgepasst, Klein Francis. Klein Pickel ist im Anmarsch. Wow, was ein Schuss. Oh oh, war das euer einziger Ball? Ist schon okay, Klein Charlie. Wir finden schon eine Lösung. Bis zum nächsten Mal. Wir machen uns nicht nur ein Schuss. Oh! 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 Wir machen uns mal. Wir machen uns auch einen Schuss. Hast du das Feuerwerk gesehen, Karl? Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, was du zu tun hast. Wow, das ist fantastisch. Super Truck, du siehst aus wie ein Hebebühnenfahrzeug. Der Ball von den Kleinen hängt oben auf einem Dach fest. Kannst du ihn runterholen? Super Truck ist hier, um zu helfen. Der Ball ist da oben. Wenn Super Truck dich hochhebt, kannst du dann nachsehen, was da oben los ist, Klein Francis? Und los geht's, Klein Francis. Da ist er ja. Gut gemacht. Du willst deinen Ball selbst herunterholen? Dann mal rein mit dir, Klein Charlie. Hol dir deinen Ball zurück. Verdammt cool, was? Ach du liebe Güte, keine Sorge, Klein Charlie. Du kannst es noch einmal probieren. Super! Ihr habt toll zusammengearbeitet. Geht ein paar, ein paar Pästeben. Oh, das ist ein paar Pästeben. folgsаничine. Oh! Ah! Oh! 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 Supertruck, hast du Lust auf eine Runde Fußball? Wow, was ein Schuss! Hey, wo will Supertruck denn hin? Und Supertruck ist mal wieder der Held des Tages. Tschüss ihr Kleinen, viel Spaß! Hey Pickle, was ist passiert? Sieht so aus, als hättest du einen Unfall gehabt. Ich weiß, zum Glück sieht es nicht so schlimm aus, aber du brauchst definitiv etwas Hilfe. Tom ist auf dem Weg, die Rettung naht. Schau Pickle, hier ist Tom, der Abschleppwagen. Tom, kannst du Pickle jetzt abschleppen? Was ist los, Tom? Du denkst, Pickle ist zu schwer wegen der Kartons auf ihrer Ladefläche? Keine Sorge Pickle, ich habe eine Idee. Warte hier, bis ich Supertruck geholt habe. Er wird dir helfen, nach Hause zu kommen. Hey Carl, wir brauchen deine Hilfe. Pickle, der Pick-up, hatte einen Unfall. Wir müssen sie nach Hause bringen. Hilfst du uns? Großartig, auf geht's! Also, in welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Carl? Natürlich, ein Abschleppwagen ist die erste Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Carl. Zeit, sich zu verwandeln, Carl. Perfekt! Auf geht's! Suchen wir Pickle! Dort drüben, Supertruck! Schau, Supertruck ist hier, Pickle! Tom, Supertruck übernimmt ab hier! Vielen Dank, dass du versucht hast zu helfen! Auf geht's, Supertruck! Bring Pickle nach Hause! Auf geht's, Supertruck! Jawohl, so wird das gemacht! Auf geht's! Auf geht's! Vorsicht! Perfekt Super Truck, dann bringen wir Pickel mal nach Hause. Hier rechts Oh ja, hier sind wir richtig. Du kannst Pickel abladen. Vorsicht, Perfekt Super Truck. Also, du warst eine Riesenhilfe Super Truck. Dankeschön. Tschüss Pickel, pass auf dich auf. Zeit nach Hause zu fahren. Bis zum nächsten Mal.